Liebe Zuhörer, liebe Mitmenschen, ich möchte euch ganz herzlich zu diesem Online-Channeling-Kongress begrüßen. Mein Anliegen und das Anliegen der geistigen Welt bezieht sich auf die Heilentsprechung, derer ihr heute durch diese Botschaft und die mit eingebundene Heilmeditation begegnet. Heute möchte sich die Quellessenzkraft an euch richten, um euch zu helfen, die Macht Gottes, den Selbstheilungsaspekt besser annehmen zu können. In der folgenden gechendelten Botschaft und der darauf folgenden Meditation aus der Schöpferquelle, aus der Quelle allen Seins, kannst du dem transzendentalen Bewusstseinskraftfeld begegnen, das dir die Möglichkeit gibt, deiner Bestimmungskraft näher zu kommen bzw. sie so zu erweitern, dass absolute Heilung aus der Tiefe deines Seins stattfinden kann. Nun die Heilaffirmationen, die dir helfen, dein niedriges Selbst abzulösen. Hier in diesem Raume bekenne ich mich zur göttlichen Schöpferkraft meines höchsten transzendentalen Bewusstseinskraftfeldes. Als Mensch empfange ich nun den Machtanspruch auf absolute Selbstheilung, dem ich nun in diesem Raum begegne. Sie haben den Schöpfer伊w